Sehr geehrtes Publikum, herzlich willkommen zur Übertragung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, gesungen von den Augsburger Domsignamen. Wir zeigen Ihnen die Aufführungen in der evangelischen Heiligkreuzkirche im Jahr 2019 mit Dirigent Stefan Steinemann und dem Orchester Lavander. Wir übertragen zunächst die Kantaten 1 bis 3. Im Übergang zur zweiten Hälfte machen wir eine Pause mit Vortrag zweier Geschichten und im Anschluss um 19 Uhr folgen die Kantaten 4 bis 6. Vielleicht genießen Sie die Musik zu Hause bei Plätzchen und Kerzenstein. Vier Augsburger Domsignamen werden Sie durch das Konzert begleiten, indem Sie sich kurz über die jeweils folgende Kantate unterhalten. Jungs, seid ihr bereit? Julian und Josef, ihr habt das Weihnachtsoratorium ja schon so oft gesungen. Worum geht's da eigentlich? Das Weihnachtsoratorium ist sozusagen die Vertonung der Weihnachtsgeschichte. Es gibt sogar einen Erzähler, das ist der Evangelist, ein Tenor. Der tritt immer wieder auf, um die Geschichte voranzubringen. Ursprünglich war vorgesehen, dass jeder von den sechs Kantaten an einem Feiertag in der Weihnachtszeit aufgeführt wird. Okay, und was genau passiert in Teil 1? Der Eingangskorpsen jedenfalls jauchtet frohlocket und aufbreitet die Tage. Im ersten Teil des Weihnachtsoratoriums wird die Geburt Jesu dargestellt. Maria und Josef verlassen ihre Heimat und gehen nach Bethlehem. Maria ist schwanger und die Geburt steht bevor. Da klingt zum Beispiel die bekannte alte Arie, bereite dich Zion. Ah, okay, naja, und dann kommt Jesus auf die Welt. Wie kommt das in der Musik rüber? In der Arie, großer Herr und starker König, tritt das majestätisch in Erscheinung. Ausgedrückt durch die Tonart D-Dur und das wunderbare Trompetenzon. Aber Bach verwendet zum Beispiel auch den Moll, wie in dem Rezitativ, und sie gebar ihren ersten Sohn. Rezitativ? Das heißt doch, es ist so eine Mischung aus Reden und Singen. Na ja, mit Instrumenten und mit instrumentaler Begleitung. Also bei D-Moll in diesem Rezitativ klingt dann jedenfalls schon ein Moment von Traurigkeit durch. Wie geht es danach weiter? Ab hier wird dann halt schon der Bogen zum Kreuzestod geschlagen. Kreuz und Krippe gehören zusammen. Gut, dann weiß ich ja gescheit. Los geht's, Herr Steidemann! Untertitelung des ZDF, 2020 Krippe gehören zusammen. Krippe gehören zusammen. Krippe gehören zusammen. P Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die Klarheit des Herrn leuchtet und singt, und sie folgten sich sehr. Ich kann, o schönes Morgen, nichts, was im Himmel getan. Du bist ein Volk, der Schenke mit, bei dir die Kirche sah. Lass dieses Schach verkleben, so lösst du Gott und bleibet, dass du den Satans singen. Und der Engel sprach zu ihnen. Ich möchte euch nicht singen, denn ich empfinde, der euch große Freude, die alle neue Wiederfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geworden, welches Christus, der Herr, in der Stadt David. Was Gott dem Abraham verheißen, das lässt er nun dem Hirtenkorb viel verheißen. Ein Hirte hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirte die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllt wissen. Und nun muss auch ein Hirte die Tat, was er damals versprochen hat. Und nun muss auch ein Hirte die Tat, was er damals versprochen hat. Ein Hirte die Tat, was er damals versprochen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, die dritte Kantane beginnt mit Herrscher des Himmels erhöhe das Lallen. Also bei Lallen denke ich zuerst an Glühwein. Na, das ist wohl nicht gemeint. Auf jeden Fall sind die Hirten aber ganz trunken von ihrem Erlebnis, dass sie das Kind im Stall sehen und anbeten können. Dieser Teil geht darauf noch tiefer ein und beschließt jetzt die Geschichte der Weihnachtsnacht. Zuerst preist also der Eingangskor den Herrscher des Himmels. Ja, da sind die Engel auch noch dabei. Dann folgen wir den Hirten, wie sie nach Bethel hingehen. Und dann kommen diese Stücke, die die Erlösung durch Gott zum Ausdruck bringen. Er hat sein Volk getröst, singt der Bass. Dann kommt der Choral, dies hat er alles uns getan. Und dann kommt auch noch die Arie, Herden, Mitleid, dein Erbarmen. Und es gibt auch noch einen ganz innigen Blick auf die Krippe in einem zweiten Wiegenlied von Maria Schließe mein Herze die selige Wunde fest in deinen Glauben ein. Die Wienglieder von Maria besiegt aber bei uns ein Knabensolist, oder? Na klar, ein Altsolist, wer sonst? Danach schildert der Evangelist noch die fröhliche Rückkehr der Hirten. Und im Schlusschor ist dann eben, wie im Eingangskor, alles am Start, was das Orchester zu bieten hat. Also auch Streicher, Trompeten und Pauken. Und es wird wieder lautstark gesungen, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Ah, das ist dann wieder das Lallen vom Anfang. Ja, aus der Sicht Gottes muss ja die schönste Musik der Menschen dann als Lallen so erscheinen. Dies ist ja auch genau die Botschaft von Weihnachten. Gott wird wie mir ein Mensch, das heißt, er versteht unsere Sorgen und Nöte und kann darauf antworten. Eben unser Lallen da hören. Interessant, dann lasst uns doch jetzt mal wieder singen. Und dann lasst uns doch jetzt mal wieder singen. Und dann lasst uns doch jetzt mal wieder singen. Und dann lasst uns doch jetzt mal wieder singen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sichern, wir uns verfallen. Ich will dich mit Leisbevater. Ich will dir, liebe dich, dir will ich abfahren. Ich will dir, liebe dich, ich will mich ab membrane. ich will mir feiern. Ich will dir, liebe dich, ως dir bzw. ich will mir leva'r. Und die Hirten gierten wiederum, preiseten und lobten Gott, um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Seid froh, lieber, seid froh, lieber, das Feuer war, ist wie ein Gott und Gott, ein menschlicher Tod. Wer welcher ist, wer Herr und Christ, in David's Schott vor vielen Landsatoren. Amen. 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 Meine Damen und Herren, Zeit, einen neuen Tee aufzugießen, um die Plätzchendose aufzufüllen. Mit anderen Worten, es ist Pause. Damit Ihnen das Warten nicht zu lang wird, hören Sie nun zwei Weihnachtsgeschichten. Um 19 Uhr wird wieder gesungen. Es folgen dann die Kantaten 4 bis 6 des Weihnachtsorotoriums. Der Stern mit dem Schweif. Als all und jedes schlief und die ganze Welt in der nächtlichen Stille lag, als die Sterne allein wirkten, hoch und hell über der beschneiten Erde, saßen arme Hirten bei einem knisternden Feuer auf einem Hügel und hüteten ihre Herde. Die vielen Schafe lagen ruhig und warm zusammengerollt unter dem eingedrückten Strohdach, das nach allen Seiten offen war und durch alle Windlöcher die Helle der Nacht hereinies. Von den Hirten, die die Wache hatten, während die anderen zwischen den wollenden Schafleibern die Ruhe genossen, saßen vier neben dem Feuer ein Grupp Bier und spielten 66. Jeder, der gewann, durfte einen Schluck von dem leckeren Bier trinken. An einem Pfosten des Schutzdaches gelehnt stand der alte, aufrechte Vienus, bis über die Ohren in seinem dreifachen Mantel von sieben Fällen gewickelt und strickte, ämt sich wie eine Frau mit Holznadel, an einem Wollstrumpf. Auf dem Heuboden in der Dunkelheit saß einer und träumte auf seiner Geige. Sonst war es heimlich und still unter diesen einfachen Menschen, die nach Mist und Erde wochen, die Tag aus Tag ein mit ihren Tieren wehten und mit Leib und Seele verwachsen waren der friedlichen Stille der Felder und der Unendlichkeit des Himmels. Das Feuer, das neben ihnen knisterte und von einem Jungen, einem Kind, das sie auf den Wanderungen hinter einem Holzrauchen gebunden hatten, unterhalten wurde, legte eine warme, freundliche Helle über ihre wetterbraunen Bauern Gesichter und warf gespenstische Schatten auf den Schnee, wenn ihre Arme in die Höhe gingen, um einen Trumpf ins Spiel zu schlagen. Die zwei schwarzen Schäferhunde genossen das Feuer mit und knurrten vor Behagen. »Seht, das Wetter leuchten«, rief der kleine, stumpfnäßige Bucklige und wies mit einem Arm in die Richtung von Bethlehem. Bienus sagte, ohne aufzusehen, mit profiten Worten, »Es kann nicht Wetter leuchten. Der Himmel steht voller Sterne.« »Ich habe es doch, meine ich, gesehen«, wagte der Bucklige zögernd Bienus zu entgegen, der den Lauf der Sterne kannte und fuhr geduldig fort, den Himmel abzusuchen, um noch einmal den wunderbaren Lichtschein zu entdecken. Die anderen wendeten ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Spiel und flüsternd ging es von Neuem gleichsam scheu in der großen Stille der Nacht. »Schippenwenzel, ich passe, Herzass!« Eintönig und doch voll zarten Gefühls stieg der weiche Klang der Geige weiter hinauf in die Dunkelheit, bis auf einmal der Junge rief, »Mutter, Mutter, der Himmel fällt ein!« Sie alle sahen miteinander hervor. Der ganze Himmel kam in Bewegung. Millionen Sterne fielen aus der Luft und erleuchteten die Erde. Als sei heller Tag, aber wie auf Verabredung hörte es plötzlich auf. Der große Bär, die Milchstraße, sie waren wohl noch auf ihrem Platz, aber in all seiner erhabenen Globe stand da drüben ein ungeheuer großer Komet. »Der Stern mit dem Schweif! Der Stern mit dem Schweif!« Es fuhr ein Schrauber durch diese schlichten Menschen hindurch, der Schreck fiel ihnen aufs Herz. Die Karten entglitten ihren Händen und die, welche schliefen, fuhren aus ihrem Schlaf auf. Er hoben den Kopf über den Rücken der Schafe und liefen von furchterfüllt zu den anderen. Nur der da oben süß auf seiner Geige träumt saß, blieb dabei und lebte mit seiner Seele. Aber die anderen standen mit zitternden Knien da und betrachteten das Himmelswunder, das seine Herrlichkeit über den fernen, dunklen Betrigen in den Himmel breitete. Dies war das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der Stern sich so den Menschen zeigte. Der Kopf mit kreisendem, strahlendem, regenwogigem Feuer und der Schweif stolz aufgerichtet, voll wimmelnder Punken und breit zerfließend, mit zarten faunen Augen in der höchsten Höhe der Luft. Zum zweiten Male stand er da wie ein strahlender Verkündiger. Und all diese Menschen, einfältig von Gedanken, sahen einer in den anderen Augen die Furcht. Bange, voller Demut scharrten sie sich um Jenus, der ihr Anführer und Berater war. Seine Stimme war ein Gebot. Er war gelehrt, denn er konnte Bücher lesen und war erfahren in allen Geheimnissen der Schafe und der Bienen. Er konnte Giftkräuter beschwören, kannte den Lauf der Sterne und wusste, aus Wasser, Sonne und Mond stand das Wetter für den folgenden Tag, bisweilen auch für eine ganze Jahreszeit zu prophezeien. Und sagte sogar, dass er den Wind zur Umkehr zu ihm konnte. Und viele Zauberer aus der Gegend waren neidisch auf ihn, weil er mehr konnte als sie. Und Kraft schöpfte aus den Worten Gottes und der Engel. Voll hoher Ehrfurcht sahen die Hirten stets zu ihm auf. Und nun, in diesem Augenblick, als von Neuem der Stern mit dem Schweif ihr Herz mit Schreck erfüllte, erwarteten sie, er traurte auf sein Wissen und seine Weisheit, Erklärung und Prost. Ruhig, mit geschlossenen Lippen stand er aufgerechnet da und betrachtete unverwandt mit seinen grauen, rot umrenderten Augen die nächtliche Erscheinung. Man sah, dass er gewohnt war, über Flächen und Ferne zu schauen. Seine Augen blickten gesenkt und gerade nach vorn, wie die der Kamille. Es herrschte eine fragende Stille zu ihm hin, und mit seiner Hand über den spärlichen Stoppelbart streichend sagte er bedächtig, Der Stern erscheint zum zweiten Mal. Er kommt uns etwas zu sagen. Alle Sterne mit einem Schweif kommen etwas zu sagen. Ich glaube, dass wir es heute noch erfahren werden. Zuerst war es nach diesen bestimmten Worten still. Doch fragte dann der Bucklige, der auch Schafe kurieren konnte, sonst aber keine Geheimnisse wusste, wird es Krieg geben? Oder kommt die Pest? fragte ein anderer. Oder Hungersnot? Geht die Welt vielleicht unter? Die Älteren schwiegen und ließen Bielus das Wort, der nach langem Nachdenken entschied. Er steht zum zweiten Mal im Osten. Er steht zum zweiten Mal über Bethlehem. Es ist derselbe Stern. Und ich glaube, dass in Bethlehem große Dinge geschehen werden. Schreckliche Dinge? Aber lass doch Bielus erstmal weiter nachdenken. Und während Bielus all seine Scharzen zu ergründen suchte, warum der Stern dort stand, geredeten die anderen aufgeregt weiter. Ich setze niemals wieder einen Fuß in dieses Teufelsnest. Wir täten am besten nach Westen zu ziehen, zu den Dünen und zum Meer. Da gibt es kein Futter für die Schafe. Ich bleibe hier nicht. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht, rief dem anderen. Soll ich euch mal was sagen? Ein kleiner, alter Hirte. Bethlehem ist eine schlechte Schmerz. Eine Stadt reif für die Sintflut. Es sitzt voll von schlechten Weibern, Säukern, Gaunern und Banditen. Es steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Von Jahr zu Jahr wachsen da weniger Blätter auf den Bäumen. Hexen und... Sieht! Der Stern wird heller. Er hebt so viel Licht wie der Mond. Sieht man hinter mir in den Schatten. Und, so der kleine, alte, rückte Gummi der Turt, dass Bethlehem eine verfluchte Stadt ist, das steht in alten Büchern geschrieben. Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Hört noch, was da heute erst passiert ist, sagte der Buchwege von Entrüstung. Der Ludwig aus Gent, der mit seinem Planwagen hier vorbei fuhr, er hat mit eigenen Augen gesehen, wie man einer Frau jeden Augenblick ein Kind kriegen konnte, die Tür wies. Niemand hat sie aufnehmen wollen. Und da war ein alter Mann dabei mit einem Esel. Ist das eine Schande? Ludwig hat nachher noch aus Mitleid nach ihm gesucht, und sie hat er im Menschengebiet nicht mehr gefunden. Wo mögen die armen Menschen nun sein? Tja, wo mögen sie sein? Weiß der Himmel, ob sie nicht den Schnee umherirren? Ach, wenn sie doch nur hier vorbeikämen, wie würde das Kindleines hier warm haben inmitten unserer Schafe? Und während sie dachten und sprachen, den Menschen, die durch Schnee und Dunkelheit Hilfe suchten, sah wie Jenus immerfort nach dem lebenden Licht der Sterne. Und der Klang der Geige, süß wie eine Frauenstimme, entschwebte immer noch in die Nacht. Es kräht ein Hahn, rief einer. Hört, überall krähen Hähne, rief man drin. »Kinder, Kinder, was wird nicht alles passieren?« und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. »Seht mal die Schafe an. Sie sind alle aufgestanden und gucken nach Osten.« »Lasst uns weggehen«, riefte der Junge. »Weiß wieder tot. Ich bin so bange!« Und darauf entstand eine weite Stille, in der die Geige klagte und der Stern heller aufmerchtete. »Stärker legte der Schreck sich um die Herzen der Hirten, die schon lange fortgelaufen wären. Tief ins Land hinein hätte wie Jenus. Der Sternendeuter war nicht so ruhig und sicher gestanden. »Ich höre Musik«, lüsterte einer. »Das ist der Blinde und der Wuchtige.« »Nein, der Blinde ist es nicht«, übersprach ein anderer. »Der Blinde ist es auch.« »Aber da ist noch jemand anderes, der das spielt.« »Hoch in der Luft.« Alle lauschten nun nach einer feinen Musik, die wie ein Tau über die Hügel träumte. Es waren kurze und lange Klänge, hier, dann dort, dann drüben, wie langsame Regentropfen, die jeder einen süßen Ton gaben, wenn sie die Bäume auf der Erde berührten. »Lass den Blinden schweigen«, sagte der Wiese. »Weiß er noch nicht, dass der Stern da ist?« »Kann er das wissen«, spottete der Buchliefer. »Er kann ja nicht sehen.« »Hört, er schweigt.« »Da, er kommt von der Leiter.« Große Füße suchten die Sprossen und es kam ein linkischer, großer Mensch mit dicken Rippen und geschlossenen Nieder. Er trug seine Geige unter dem Arm. »Wer spielt da so schön?«, fragte er. »Der Stern mit dem Schwein ist wieder da«, sagte der Buchliefer. »Wo?«, fragte der Bindet. »Da drüben«, sagte der Buchliefer und wies auf den herrlichen Stern. »Wie kannst du nur den Blinden etwas zeigen?«, brummte der kleine alte Hirt. »Er steht über Bethlehem, Jodokus, und leuchtet uns wie der Mondschein.« »Macht er diese schöne Musik?«, fragte der Blinde verwundert. »Und wieder entstand eine tiefe Stille, wie vor einem großen Unwetter.« »Kein Schaf rührte sich, nicht einmal das Reisig knackte.« Verschreckt waren ihr Gesichter fallen. Ein jeder fühlte, dass etwas Gewaltiges im Anzug war. Und alle Augen waren auf Venus gerichtet, als wollten sie Hilfe und Beistand von ihm erfliegen. Auskampf Sanfte 8 14 16 17 18 18 19 19 Vielen Dank.